hallo zu einem neuen video über power bi heute beschäftigen wir uns mit dem thema wie kann ich datenquellen nachträglich ändern wenn euch dieses video gefällt dann freue ich mich wenn ihr meinen kanal abonniert und mir einen like hinterlässt und jetzt starten wir los ich habe dazu power bi geöffnet und werde im ersten schritt eine datei nach power bi laden dazu gehe ich auf daten abrufen wähle die entsprechende datei und bestätige mit laden wie ihr sehen könnt wurde die datei geladen und kann meine ersten berichte erstellen es kann aber sein dass im weiteren verlauf sich die datenquelle ändert jetzt bietet power bi folgende konfigurations möglichkeit an im home verzeichnis gibt es in der rubrik externe daten das feld abfragen bearbeiten hier habe ich die möglichkeit die datenquellen einstellungen anzupassen in diesem fenster sehe ich das verzeichnis zu der datenquelle und entscheidend ist jetzt dass ich hier links unten die quelle ändern kann und es öffnet sich ein neues fenster wo ich dann die neue datenquelle bzw datei angeben kann falls ihr fragen dazu habt hinterlassen ein kommentar ich werde euch antworten tschüss und bis bald